14 Jahre Haft für Kinderschänder von Münster. Am Morgen wurden die Urteile in den Missbrauchsfällen gesprochen. Der Hauptangeklagte Adrian V. bekommt 14 Jahre Haft wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern. Nach seiner Haft muss er in Sicherungsverwahrung. Er hatte in der Gartenlaube seiner Mutter den Sohn seiner Lebensgefährtin unzählige Male missbraucht und auch andere Männer dazu eingeladen. Auch diese müssen in Sicherungsverwahrung nach ihren 10 bis 14 Jahren langen Haft strafen. Der Prozess lief seit November 2020. Insgesamt umfasste die Akte rund 20.000 Seiten mit Anhängen. Es sagten mehr als 70 Zeugen aus. Sieben Gutachter wurden gehört. Im April 2019 kamen die Ermittler auf Adrian V., der als Drahtzieher der Missbrauchsfälle zählt. Seine Lebensgefährtin Carina V. wurde zu fünf Jahren wegen Beihilfe verurteilt.